Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich spiele Minecraft mit ganz vielen Mods. Ich bin am Aquarium unterwegs und ich habe ja schon angedroht. Ich will hier die Becken ein bisschen attraktiver machen. Ich bin ein bisschen durch die Gegend geschwommen und ich habe mir ganz fleißig Korallen und Kelp. Und es gibt Schwamm und der funktioniert zwar nicht, wie Minecraft Schwamm eigentlich funktionieren sollte, aber es gibt ihn hier und kann ja auch ganz nett den Boden auflockern, denke ich mal. Und dann will ich hier diese Becken ein bisschen hübscher machen damit. Und damit ich dann einigermaßen bequem arbeiten kann, werde ich mir hier jetzt mal ein paar Lassos, Soulvials und Safari Netze schnappen und werde mal meine drei Piranhas, die hier drin schwimmen, einfangen. Denn die machen das Arbeiten unter Wasser doch eher zu, wo seid ihr hin, Jungs, zu einer anstrengenden. So, einer Safari Netze geht. Otsch, Lassos ging auch. Oh, da steht sogar der Name drunter. Sehr schön. Und dann eine Soulvial. Ich habe mir vorsichtshalber alle drei mitgenommen, weil man immer nicht so genau... Oh, der hat schon ein bisschen Gesundheit gelassen. Bei den anderen steht nichts. Weil man immer nicht so genau voraussagen kann, ich zumindest nicht, welche von diesen... Jetzt habe ich hier noch so ein Ink-Sack. Ich bin hier vorhin hergekommen und habe Ink-Sacks eingesammelt und musste dann erstmal hier ins Becken gucken, ob meine drei Squids noch da sind. Aber die sind noch da, von denen kommt es nicht. Ich weiß nicht genau, wo die hier herkommen. Ob hier irgendwo... Wir sind auch zu hoch. Wir sind auf Y-Level 70 hier und Squids spawnen nur unterhalb von 62, glaube ich. 61, auf jeden Fall unterhalb von 64. Das heißt, wir sind mit unseren Becken hier, mit allen unseren Becken zu hoch für Squids. Die können hier eigentlich gar nicht spawnen. Und andere Fische scheinen auch nicht aufzutauchen. Die sind jedenfalls die Mengen und Typen der Fische hier sind und verändert. Ich habe gerade keine Idee, wo das hier herkommt. Gut, was ich eigentlich erzählen wollte. Man weiß bei diesen Tieren immer nicht so ganz genau, welche von diesen drei Möglichkeiten, die ich jetzt habe, um Tiere einzufangen, welche davon funktioniert. Ich habe zum Beispiel... Das kann ich kurz mal... Da ist schon wieder eins. Der kommt irgendwo von hier. Aber hier ist nirgendwo Wasser. Ist hier irgendwo unterirdisches Wasser? Wir verenden die unter der Erde und mein Magnetring zieht das hier durch. Wo kommst du denn her? Also ganz seltsame Geschichten hier heute. Was ich zeigen kann da, Gemüsefarben. Da gibt es nämlich ein Tier. Ich hoffe, ich finde ihn auf die Schnelle wieder. Oh, habe ich hier was zu zeigen? Ja, ich habe hier was zu zeigen, wo wir schon mal hier sind. Ich habe ein klein bisschen hier noch einen Arbeitsplatz mit einem Ofen und einem Quern und so ein paar Sachen. Das ist so eine Art Vorbereitungsküche. Hier kann ich dann zum Beispiel den Pfeffer drin mahlen und das wird natürlich dann auch abgepumpt in die Truhe. Und Vanillaschoten rösten und Blubberblasenwasser. Das gibt es hier wirklich. Bubble Water. Das macht man einfach, indem man Wasser in den Presser steckt. Dann drückt man da quasi die Luft rein. Ist, naja, fast wie im echten Leben. Ja, und es erntet alles fleißig vor sich hin. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten hier dann vorbereitet. Ein bisschen Mayo gemacht und Erdnussbutter, was man dann so braucht für spätere Leckereien. Und ich habe gebaut das Ding hier. Das Kühlhaus. Schön in blau, weil es ist kalt. Und das ist eigentlich gar nicht weiter wild. Deswegen habe ich es auch nicht aufgenommen. Das ist eigentlich wirklich nur ein Kasten mit einem Deckel drüber und so ein klein bisschen Verzierung dran. Ich habe mal eine Doppeltür gemacht. Dann kann man sich hier nämlich reinstellen. So und dann die Tür hier aufmachen und dann geht nicht so viel kalte Luft raus. Denn wie ihr hier unten sehen könnt, hier ist Frosted Stone auf dem Boden. Das ist tatsächlich so kalt hier drin, dass der mit einer Eisschicht überzogen ist. Hier kommen dann, das kann ich auch eben schnell, oh, jetzt lasse ich ganz viel kalte Luft raus. Das wollte ich gar nicht. So, das sind Maho Türen. Die sind ganz komisch. Die muss man auf ganz komische Art und Weise machen. Und wenn man die abbaut, dann werden die, da gibt es drei oder vier verschiedene davon. Und wenn man die abbaut, dann sind die irgendwann wieder normale Türen, was auch irgendwie ganz komisch ist. Es gibt hier so ein Ding. Aus Maho kann man nicht direkt diese Drawers machen, die ich da vielleicht auch verwenden will. Was man aber machen kann, sind diese Dinger hier. Framed Drawers. Da kann ich mal kurz das Rezept zeigen. Die sind im Prinzip so ähnlich wie normale Drawers. Nur hier in der Mitte ist kein Chest oder so. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und die kann man in diese Framing Table stecken. Dann einmal da hin und dann kann man da, komm mal her und du komm mal her. Und dann nehmen wir hier noch einen dunklen für den Kontrast. Ich habe hier kein dunkles Holz. Ich habe hier dunkles Holz. So, dann kann man die einzelnen Bestandteile, hier zum Beispiel vorne die Schubladen Stirnseite und dann den Rahmen drumherum. Das ist jetzt der Rahmen. Der ist jetzt in Walnuss. Die Stirnseite ist in Blau und das ist die... Welcher Teil ist das? Oh, das ist außen drumherum. Ah, das ist quasi der Rahmen. Das sind die Panels, die das abdecken. Die Seitenwände. Und das sind die Stirnseiten der Schubladen. So kann man dann verschiedene Farben zusammen mixen und ganz individuell sich diese Schubladen gestalten. So kriegt man auch das Maho-Holz da rein. Und die Türen wollte ich euch zeigen. Da gibt es nämlich so, wenn man die normal macht, dann gibt das auch eine normale Tür. Aber wenn ich diese Reihe hier einmal rüber setze, dann gibt das eine Full Maho-Wood-Door. Und jetzt habe ich nicht genügend davon. Wenn ich dann hier so mache, dann gibt es keinen Brustharnisch, sondern eine nicht Full, eine normale Maho-Wood-Door. Und es gab noch eine Solid Maho-Wood-Door. Und ich weiß nicht genau, welche. Es war eine von denen, macht dieses Gittermuster, was ich auf den äußeren Türen habe. Und die andere macht die, ich glaube, die inneren. Das sind die Solids. Und ja, die sind mehr oder weniger zufällig entstanden. Und dann dachte ich mir, okay, die passen eigentlich farblich zu dem Rest davon. Und das ist alles überhaupt nicht das, was ich hier machen wollte. Ich wollte euch nämlich zeigen, wups, habe ich euch den schon gezeigt? Das ist mein Garten mit den Sachen, die die Multi-Block-Farm nicht ernten kann, weil es entweder auf Wasser wächst oder weil es die einfach ignoriert. Gut, aber das ist auch nicht das, was ich machen wollte. Der ist irgendwo hier hinten. Hier irgendwo im Gebüsch versteckt sich ein Truthahn. Und der, den habe ich schon mal versucht einzufangen für den Zoo. Da ist er. Der weigert sich aber gefangen zu werden. Und zwar haben wir hier, Gubbel, 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 macht er. Haben wir hier ein Safari-Netz. Wir haben ein Lasso und wir haben da, Solvials. So, dann gucken wir mal. Wo bist du hin? Da versteckt er sich. Der weiß genau, was ich vorhabe. So, mit dem Safari-Netz kann ich rechts klicken, was ich lustig bin. Den kriege ich nicht. Mit dem Lasso habe ich ihn gekriegt. Ha, schau an. Dann setzen wir ihn mal wieder hier hin. Mit der Solvial kriege ich ihn auch nicht. Nur mit dem goldenen Lasso. Okay, was gelernt. Das war ja auch das Problem, das ich mit den Wahlen hatte. So, und jetzt habe ich ganz fürchterlich viel erzählt. So viel wollte ich eigentlich überhaupt... Esel. So viel wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht am Anfang erzählen. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich da hinten die Becken hübscher machen. Und euch zeigen, wie das dann hinterher aussieht. Wo ist mein Teleporter da? Und, äh, ja, das mache ich dann jetzt mal eben. Schnell gehen wir da rüber. Da rüber. Danke. Und dann... Oh, dauert es ein bisschen, bis die Welt geladen ist. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Und dann kann ich meinen Truthahn... Den packen wir zu den anderen Schlangen hier. Ich habe... Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Ich habe Apophis hier mal eingesperrt. Der wollte stiften gehen. Und, äh, der hat ein bisschen Herzchen verloren. Weil wenn man sich so eine Schlange um den Hals legt, dann ist man breiter als einen Block und höher als zwei. Und wenn man dann so durch so eine Tür geht, dann ist das unpraktisch. Liegst du wieder? Du liegst wieder auf dem Boden. Hier steht übrigens noch der Delfin. Falls, äh, da... Äh, packen wir sie hier rein. Da ist der Truthahn. So, und jetzt mache ich mich aber wirklich mal an die Beckenbegrünung, Bepflanzung und Beleuchtung. Mit so ein bisschen Licht und ein paar Pflanzen drin wird der Piranha-Teich gleich viel wohnlicher. Die anderen Becken habe ich jetzt auch vorbereitet, bis auf das Wahlbecken. Da habe ich zwar schon ein bisschen Licht hier rein gemacht, aber ich habe mich noch immer nicht entschieden, ob ich das nach hinten hin noch vergrößere. Ich glaube, ich werde das, äh, ein wenig vergrößern. Der ist doch ein bisschen sehr eingezwängt. Aber hier sind jetzt überall Wasserpflanzen drin und da Licht und das macht es doch eine ganze Ecke netter und ansehnlicher. Und es regnet natürlich mal wieder. Jetzt können wir also unsere drei Rabauken hier ins... Ha, die muss ich gegen einen Block setzen. Da haben wir Schnee und Schnarr und Aua, Schnappi. Und das sind eigentlich, die kann ich mal wieder wegtun, diese Piranhas sind eigentlich Schwammfische, die, also in, die echten Piranhas. Das heißt, davon gibt es eigentlich immer einen ganzen Haufen. Und drei sind in diesem Becken auch ein bisschen einsam und verloren. Deswegen habe ich noch mal ein paar geschnappt und ich habe keine Idee, warum dieses eine Safari-Netz hier eine andere Färbung hat als die anderen. Es gibt eigentlich nur eine Art von Piranhas, aber naja. Und da, weil das eine fürchterliche Fuselei ist und ich dann fürchterlich gezwickt werde, wenn ich die jetzt hier reinsetze und versuche, mit Name-Text zu verfolgen, machen wir uns jetzt hier mal ganz einfach ein kleines Becken, in dem wir die so freisetzen können. Einmal so. Ja, machen wir ruhig. Machen wir es ruhig unten zu. So. Und hier vorne setzen wir einen Sticky Piston davor. Ah, aber nicht da. Da. Ha. Denn der soll überhaupt nicht in die Richtung gucken, sondern in diese. Und mit dem können wir dann das Becken auf und zu machen. Und Hebelchen, Hebelchen. Einmal darauf. Und dann greifen wir uns einen Schluck Wasser. Davon haben wir hier ja ein bisschen was. Einmal zumachen. Und dann können wir nämlich hier oben ganz in Ruhe, wenn ich es denn treffe. Na. Dann können wir hier oben ganz in Ruhe einen nach dem anderen unsere Piranhas hier freilassen. Und ich habe mal in die Wikipedia geguckt und habe mir hier die Artennamen. Kompressus, Rombeus, Elongatus, Serulatus, Maculatus. Das sind alles Piranha-Arten, die in der Natur vorkommen. Denn ich habe keine besseren Ideen für Namen gehabt. Deswegen machen wir das einfach mal so. Einmal hier rein. Einmal einen Namen drauf. Und wusch. Ab zu seinen Freunden. Und bei der Gelegenheit mache ich nochmal einen Aufruf an euch alle, die ihr mir hier ganz fleißig zuschaut, worüber ich mich freue. Wenn euch Namen einfallen, die ihr hier gerne sehen wollen würdet, dann schreibt mir die in die Kommentare oder auf Twitter oder per E-Mail, wenn ihr den E-Mail machen wollt. Und nein, erst den Fisch da reinsetzen und dann den Namen da drauf und dann spülen. Das funktioniert viel besser, als ich gedacht habe. Ja, schreibt mir eure Namensvorschläge. Die werde ich dann allesamt gerne umsetzen. Wenn sie mir gefallen. Wenn sie mir nicht gefallen, setze ich sie nicht um. Damit müsst ihr dann leben. Und ja, dann haben wir hier jetzt gleich unseren kleinen Schwarm an Piranhas. Und das Ganze sieht dann von hier viel besser aus, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut die sich mit anderen Fischarten vertragen. Das müssen wir irgendwann nochmal ausprobieren, wenn wir hier ein paar andere Fische reinsetzen. Ob die dann mit denen... Leckt ihr da die Scheibe ab? Ihr seid seltsam. Das muss ich nochmal ausprobieren, ob die sich mit anderen Fischarten vertragen. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Arten, die die überhaupt nicht gerne mögen. Ist der noch irritiert wegen dem Wasser, was da von oben runter lief? Hier ist auch so eine Kante drin, die da eigentlich gar nicht so hingehört. Naja, vielleicht beim nächsten Mal ein Loggen weg, wenn das Rendering erneuert wird oder so. Und genauso mit den Haien. Bei denen bin ich mir auch nicht sicher, inwieweit die sich mit anderen Tierarten, mit anderen Fischarten vertragen. Aber jetzt haben wir hier wunderbar Becken zum Experimentieren, wo wir einige von diesen Tieren respawn-sicher, despawn-sicher, nicht respawn-sicher, untergebracht haben. Und das heißt, unserer Biologie, unseren Biologiestudien steht hier nichts mehr im Weg. Ich will es heute aber nicht bei den Piranhas alleine belassen. Ich habe mir gedacht, ich setze heute auch mal die Haie frei. Und wie ich da schon angekündigt habe, der erste davon, der heißt natürlich Bruce. So hieß nämlich die animatronische Schwimm aus der Wand raus, Bruce. Schwimm. Oh, das war eine schlechte Idee. Komm her. Oh. Geht es dir gut? Es geht dir nicht gut. Du hast 16, die anderen haben 30. Okay. Bruce ist der Name der... Ja, 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 klar. Das habe ich verdient. Da hast du recht. Ist der Name der animatronischen Puppe, die sie in der weiße Hai verwendet haben. Der künstliche weiße Hai. Und dann sind mir keine weiteren Namen zu Hain eingefallen. Die sind in der Regel nicht mit Namen versehen. Deswegen gibt es hier dann noch den Melvin. Und jetzt muss ich gucken, wo ich die hier hinsetze, dass ich sie... Ja, 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 ja. Der kommt natürlich sofort und will mir ans Leder. Dann probieren wir das hier an der Wand. Vielleicht so, wenn ich dich da hinsetze und schwupp. Ja, so geht das. Du darfst tauchen. Ihr seid aber auch. Komm her. Dann packen wir Melvin mal zur Seite und probieren aus, was Clarence so macht. Du machst das auch so. Wenn du jetzt erstickst, weil du zu dusselig bist, wieder zurück ins Wasser zu schwimmen, dann... Hm, vielleicht muss ich hier einen Deckel drauf machen. Ist das Glas das Problem? Schwimmst du auf das Glas? Okay, wir probieren das hier mit dem... Wie heißt der nächste jetzt? Clarence. Probieren wir mal so. Und weg ist er. Das war genau das, was ich... Aua! Komm her! So. Genau das, was ich vermeiden wollte. Du bist doch wirklich... Hm. Ihr seid nicht die Cleversten, oder? Aua! Wollt ihr dem... Seid ihr scharf auf den Wal? Ist es das? Ha! Das wäre ja was. Okay, wir haben einen noch und das ist der Todd. Und das sind alles Namen, die ich mir einfach zufällig ausgesucht habe. So, der ist hier. Und dann müssen wir den Melvin noch wieder freisetzen. Den setzen wir dahin. Kommen wir aber auch gleich hinterher. Und du... Du bist jetzt ein Oberflächenhai, ja? Verstehe ich das richtig? Na gut. Haie sind nicht ganz so schwer zu finden. Das werde ich jetzt einfach mal in Kauf nehmen. Das Risiko werde ich in Kauf nehmen, dass der da eventuell aus eigener Dusseligkeit erstickt, obwohl er jede Menge Platz zum Rumschwimmen hat. Und dann müssen wir mal beobachten, ob die stehen hier tatsächlich so, weil die gerne dem Wal auf die Pelle rücken würden. Ist das was, was ihr so macht? Beist du mich auch durchs Glas? Das machst du nicht, oder? Ne, macht ihr nicht. Könnt ihr nicht. Gut. Dann sind zumindest unsere Zuschauer schon mal geschützt davor. Und dasselbe machen wir auch. Ich packe jetzt mal die Netze hier. Ach, kein Platz mehr. Da muss ich ein bisschen rumräumen. Dasselbe machen wir... Upsa. Machen wir auch mit unseren Delfinen. Da habe ich hier auch vier Stück. Und weil ich auch da nicht sehr kreativ war mit den Namen heißen die einfach Flipper, Flopper, Flupper und Flapper. Und da hier dürfte das etwas einfacher sein, die freizusetzen, denn die beißen nicht. Fangen wir doch mit Flipper an. Einmal. Und... Na, wirst du wohl? Dein Namensschild... Ah, warum kann ich denn auf die reiten? Ich will nicht auf die reiten. Die kann man als Haustiere züchten. So, mit Shift-Klick geht es auch nicht. Okay, die kann man nicht als Haustiere züchten. Die kann man zähmen. Das wollte ich eigentlich sagen. Muss ich euch jetzt zähmen dafür? Kann ich dir nicht... Wir probieren das mal. Nochmal. Mit Shift-Rechts-Klick vielleicht kamst du hier runter. Komm mal hier runter. Komm, Fischi, Fischi. Eigentlich bist du ein Säugetier, oder? Ah, da komme ich nicht dran. Nein, da sitze ich sofort drauf, auch mit Shift-Rechts-Klick. Die kann man nicht umbenennen mit den Namensschildern. Das heißt, die muss ich alle zähmen. Na, das ist ja spaßig. Dann komm mal her. So. Hast du mich schon wieder runtergeschmissen? Du hast mich schon wieder... Wo bist du? Da bist du. Gut, dann mache ich das mal eben. Die Namen habe ich euch ja schon vorgelesen. Dann muss ich mal eben ein paar Delfine zähmen. Ich habe kein Glück gehabt beim Zähmen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ob der irgendwie sauer ist, weil er in einem Lasso drin steckte oder so. Ich habe mir gedacht, wir haben hier tatsächlich ein bisschen ein Problem gehabt. Dahinter der Einschrankbasis. Da gibt es ja so eine kleine Bucht, um die auch die Bahn drumherum fährt. Und das ist so ein ganz ungünstiges Zusammenkommen von Stone Beach und Spawning und so weiter. Da hatten wir eine riesige Delfin-Invasion. Da waren bestimmt 40, 50 Stück. Die haben Leck produziert und zwar nicht zu knapp. Die habe ich dann hinterrücks alle umgelegt. Erzählt es nicht Greenpeace, okay? Und ja, seitdem ist der Leck weg. Aber das bedeutet auch, die dürften eigentlich sowieso nicht die spawnen. Die müssten eigentlich sowieso bleiben. Bei den Sharks, bei den Haien und bei den Piranhas, die müssten die spawnen. Das sind nämlich feindliche Kreaturen und die sollten eigentlich... Wo sind deine... Die liegen da unten voll rum, okay. Und die Delfine, im Gegensatz dazu, sind so wie normale Tiere. Normale sind halt Wassertiere. Die werden in unserem Spawning-System extra gezählt. Aber die agieren so wie friedliche Tiere. Und friedliche Tiere, die spawnen normalerweise nicht. Und Delfine sind, wie gesagt, einfach zu finden. Ich habe die Spawnratten zwar runtergesetzt, aber es müsste eigentlich immer noch jede Menge davon geben. Deswegen nehmen wir auch hier einfach mal das Risiko in Kauf und sagen, schauen wir mal, wie lange das dauert, dass wir da vier Delfine drin haben. Und ja, damit sind alle Becken mit Fischen respektive Meeressäugetieren bestückt. Und ich habe keine Idee, was Bruce an dieser Wand da so spannend findet. Naja gut, der Große da, der dreht sich ja auch meistens nur um, wenn man nicht hinguckt. Vielleicht. Und die beobachten den. Vielleicht haben die ein ganz interessantes, philosophisches Gespräch oder sowas. Lassen wir sie mal dabei. Ich würde sagen, wir sind einen guten Schritt weitergekommen. Und damit sage ich, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.